Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 12, Verordnung der Landeshauptstadt Dresden zur Aufhebung der Sperrstunde für öffentliche Veranstaltungsstätten in der Landeshauptstadt Dresden. Und da habe ich nur wenige Wortmeldungen. Vielleicht können wir auf die Fraktionsrunde verzichten. Wir beginnen mit den größten und kleinsten. Herr Schulze, Frau Hansen, danach. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Clubbetreiber. Die letzte Sperrstunde in Dresden ist in greifbare Nähe gerückt. Mit der Vorlage beschließen wir die Aufhebung eines längst überholten Reliktes und befreien die Dresdler Veranstaltungsstätten und Clubs von der Restriktion, ihre Gäste kurz vor 5 Uhr nach Hause schicken zu müssen. Mit der Aufhebung der Sperrstunde erschließen wir den Programmgestaltern und Buggern in den Clubs und Konzertlocations die Möglichkeit, auf das sich seit vielen Jahren veränderte Ausgehverhalten vieler ihrer Gäste zu reagieren. Und die Aufhebung der Sperrstunde schafft Planungssicherheit bei den Programmgestaltern, ohne dass es geschaut werden muss, erhalten sie eine Ausnahmegenehmigung oder nicht als Veranstalter. Wenn wir vor drei oder vier Jahrzehnten zurückschauen, ging die angesagte Disco so 20, 21 Uhr los und spätestens zwei oder drei Uhr waren dann auch schon die Stühle hochgestellt. Schauen wir heute in die Clubs, dann ist vor 24 Uhr die Location im besten Fall halb voll und um ein Uhr dreht sich die Stimmung langsam hoch. Wenn die Gäste dann um 4.30 Uhr schon wieder gehen müssen, ist für alle Seiten vorsichtig ausgedrückt das Ganze suboptimal. Bisher haben Veranstalter sich per Antrag von der Sperrstunde freikaufen können und waren dabei auf das Wohl des zuständigen Verwaltungsmitarbeiters angewiesen. Im Jahre 2018 zahlten dafür die Veranstalter für diese Befreiung 38.164 Euro. Dresden ist eine Kulturstadt mit einer vielfältigen Club- und Konzertszene, wenn das von einem oder anderen auch manchmal bezweifelt wird. Der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht beschreibt die Musikwirtschaft, die geprägt ist durch die Clubs und Veranstaltungsstätten, eine vielfältige Musikerin- und Bandszene, Tonstudios, Indie-Labels und weiteren Akteurinnen. Neben den großen Playern in unserer Stadt wie die Filmnächte, die Junge Garde im Großen Garten, der alte Schlachthof oder die Scheune der Neustadt, ist Dresden vor allem durch die vielen kleinen Clubs geprägt, wie der Beatpool, der Ostpool, das Solidur, die Groove Station, das Downtown, das OKA oder noch kleinere wie das Blue Note oder das alte Wettbüro. Mit dem D-Festival gründeten vor allem Clubs der Elektro- und Technoszenen eine Veranstaltungsreihe, die diese Szene für die eigene Bevölkerung oder aber vor allem auch über die Stadtgrenzen hinaus erst einmal bekannt gemacht haben. Die nach dem § 9 Sächsisches Gaststättengesetz bestehende Sperrstunde stellt insbesondere für die Elektro- und Technoszenen eine Restriktion dar. Ihren eigentlichen Zweck, nächtliche Ruhestürungen zu verhindern, das rechtzeitige Schlafengehen der Gaststättenbesucherinnen und die Sicherung der Ordnung und Sauberkeit in den Einrichtungen, ist schon lange durch andere Verordnungen im Emissionsschutz, zur Hygiene und durch das Arbeitszeitenregelungsgesetz gesichert. Befürchtungen, mit der Aufhebung der Sperrstunde würde es zu Lärmüberschreitungen und unbeersparen Auswüchsen bei Konzerten und Techno-Veranstaltungen kommen, sind unbegründet. Auch in der Zukunft wird es, so auch die Aussagen aus der Szene, zu einer engen Abstimmung von Veranstaltungen geben mit dem Ordnungsamt und der Gewerbeaufsicht. Die Erfahrungen aus Leipzig, wo 2017 die Sperrstunde für Musikspielstätten aufgehoben wurde, zeigen, dass eine generelle Aufhebung rechtssicher und ein Widerspruch durch die Landesdirektion unwahrscheinlich ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eine vielfältige Club- und Musikkulturszene in unserer Stadt wird Dresden insbesondere für junge Menschen attraktiver machen, die entweder hier bleiben oder im besten Fall sogar hierher zu uns ziehen. Mit ihren Umsätzen leistet die Musikwirtschaft ihren Beitrag als Teilbranche der Kultur- und Kreativwirtschaft für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Lassen wir lieber die Clubs das Geld, welches sie für den bisherigen Freikauf von der Sperrstunde ausgegeben haben, in ihre Spielstätten und ihre Mitarbeiterinnen investieren. Bitte stimmen Sie der Vorlage in der Beschlussfassung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung zu für eine vielfältigere Veranstaltung und Club-Szene in Dresden. Vielen Dank. So, das war jetzt der Antrag, Geschäftsordnung, dann den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung als Grundlage zu nehmen. Ja. So, dann hat sich die Frage deutlich verändert. Herr Hecht, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, wir verhandeln die Aufhebung der Sperrstunde, das finde ich gut und auch lange überfällig. Wenn ich persönlich zurückdenke, ist, glaube ich, die restriktive Sperrstunde meiner schwäbischen Kleinstadt eine der Gründe gewesen, weswegen ich dann unbedingt früher oder später dort weg musste. Insofern stimmt, was der Kollege gesagt hat. Es gibt sozusagen schon einen Zusammenhang mit Attraktivität oder auch hier in dem Fall mit Wanderungsbewegungen. Die Sperrstunde finde ich anachronistisch. Ich habe immer so das Bild von einem Nachtwächter, der da durch dunkle Gassen zieht mit einer Laterne und guckt, ob alles in Ordnung ist und ob die Bürgerinnen und Bürger auch im Bett liegen, damit sie am nächsten Tag wieder auf Arbeit gehen können. Das hatte wahrscheinlich vor einigen Jahren, sagen wir mal, im Mittelalter noch seine Berechtigung, aber das Rad hat sich gedreht. Heutzutage ist der elektrische Strom erfunden und die Leute können länger aufbleiben, als die letzte Kerze anzumachen. Außerdem wurde die elektrische Musik erfunden und so ein Abend muss auch mal länger gehen können. Dann natürlich das Thema Nachtökonomie. Das ist so eine Sache, die wird erst in den letzten Jahren erforscht. Also tatsächlich ein doch beträchtlicher Teil der Wirtschaft, der sich sozusagen in der Stadt nach Acht dann abspielt. Unter anderem eben natürlich damit Effekten wie Attraktivität, nicht nur für die Kreativwirtschaft, sondern auch eben für junge Leute, für einen Studienstandort nicht ganz unwesentlich, wo man ist. Die Nachtökonomie, das ist also der wirtschaftliche Aspekt hier, die muss man einfach laufen lassen. Jetzt, was die zeitlichen Beschränkungen angeht, das ist meine Meinung dazu. Ich habe aber noch eine Geschichte, warum ich auch froh bin, dass die Sperrstunde jetzt konkret nicht mehr in Anschlag gebracht werden kann. Und das ist die Geschichte dieser Vorlage. Das geht auf Leipzig zurück. Das wurde genannt. In Leipzig gab es eine Petition zur Abschaffung der Sperrstunde, weil das Institut für Zukunft, ein sehr renommierter Klub, eine sehr renommierte Spielstätte, auch Spielstätte des Jahres, den Preis der Bundesregierung bekommen. Das weiß ich, weil ich da die Laudato damals halten durfte. Und die wurden dann von der Sperrstunde bedroht. Also wir haben mit der Sperrstunde sozusagen ein Ärgerinstrumentarium bei der Hand gehabt, was zum Glück nicht gezogen wurde in Dresden oder jedenfalls nicht so häufig. Aber es schwebt sozusagen wie ein Damokischwert über unserer Clubkultur. Und da bin ich froh, dass wir dieses Ärgerinstrumentarium jetzt wegnehmen. Denn wir wollen keinen Ärger. Wir wollen die ganze Nacht. Vielen Dank. So wird weiterhin das Wort gewünscht. Bitte schön, Herr Lommel. Und auch hier kann jetzt im Rahmen von Corona vielleicht im einen oder anderen da eine Hilfe stattfinden. Wir sind der Meinung, dass auch in der Stadt das nächtliche Leben dadurch für viele Betroffene, die das nutzen wollen, es etwas leichter gemacht werden soll. Es ist sicherlich auch weiterhin darauf geachtet, dass diejenigen, die dadurch gestört werden, dass dort wechselwirkende Vereinbarungen getroffen werden. Es soll also auch keine zu große Nachteile haben. Die Verwaltung, da habe ich ein großes Vertrauen, wird auch diese Maßnahmen, soweit sie notwendig sind, berücksichtigen. Und im Rahmen dessen freuen wir uns, wenn heute ein Beitrag dazu geleistet wird, dass die Sperrstundenverordnung beseitigt wird. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen? Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich mache es ganz kurz. So wie es Thorsten Schulze gesagt hat, vielleicht noch mal ein bisschen kurz zusammengefasst in einem Satz. Sperrstunde ist Mist, Sperrstunde ist antiquiert und feiern macht eigentlich zu jeder Tageszeit Spaß. Eine Bitte nur, wir sind uns alle sehr einig, wir waren uns im Wirtschaftsförderungsausschuss dazu sehr einig, dass es wunderschön bei ähnlichen Vorlagen, wo es auch darum geht, mal vom antiquierten Wochentag, Wochenende denke, mal hin an der Einstelle hin und wieder mal abzuweichen und einfach mal den Leuten mehr Freiheit zu geben und einfach mal selbst entscheiden zu lassen, in Zukunft auch bei anderen Themen zu berücksichtigen. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann steigen wir ein in die Abstimmung. Es ist beantragt worden, mit dem Ausschussbericht Wirtschaftsförderung als Grundlage der Abstimmung zu nehmen. Ich würde das mal so machen, damit wir uns eine Abstimmung sparen, dass ich das als Ersetzungsantrag werte. Wenn der eine Mehrheit hat, ist er direkt beschlossen. Sonst müsste ich zweimal abstimmen und das kommt am meisten auf selber raus, wenn Sie damit einverstanden sind. So, dann darf ich fragen, wer diesen Wirtschaftsförderungsausschuss ersetzen, zustimmen möchte. Den bitte ich jetzt und ein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Sensationell. 65000, einstimmig.